Miau, willkommen zurück zu Pineview Drive. Ich werde ab sofort, immer wenn es so einen Hinweis gibt, direkt versuchen, dahin zu kommen. Denn das macht ja keinen Sinn. Am Ende vom Tag irre ich sowieso noch lang genug im Haus rum. Hier, mach doch mal da die Kabel einfach wieder dran, wo er ist. Ja, der Leuchtturm ist an. Und leuchtet. Was mache ich damit? Hilft mir das irgendwie? Näher ran komme ich nicht. Na gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall drinnen hin und wieder mal Licht durch den Leuchtturm. Und hoffentlich zeigt er keine zu gruseligen Sachen. Okay. Und los geht die wilde Fahrt. Die ist noch zu. Die da drin ist aber auch noch zu. Ah, so viel. So viel zu tun. Hier ist noch nix, doch da. Aber eigentlich ist es noch hell genug, oder? Noch geht's. Denke ich. Oh, wieder der neue Flur. Obwohl, ein neuer Flur ist es ja gar nicht. Aber. Ein weiterer großer Flur, sagen wir mal so. Äh. Äh, meine Maus dreht sich gerade nicht. Äh, Hilfe. Meine Maus, meine Maus. Okay, jetzt. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. So, hier gab's den Hinweis letztens. Und sonst noch nichts. Ha. Ich hab tatsächlich mal den Weg gefunden, zu dem ich wollte. Okay. Hier ist aber auch nix los. Beim Leuchtturm waren wir. Aber der wird uns wohl in irgendeinem Raum was Lustiges zeigen. Äh. Ach ja, komm ins Bad. Badewanne war ja nie eine schlechte Idee. Wird das schmutziger? Zumindest das Klo. Die Badewanne nicht. Also die wird definitiv nicht benutzt. Aber so Klo und Waschbecken? Die werden echt schmutziger, oder? Bei den Sims wäre allerhöchste Zeit es mal zu putzen. Also Sims 3. Ich bin absolut nicht begeistert von Sims 4. Hab ich mir auch gar nicht geholt. Ich denke nämlich sowieso, dass das irgendwie genau das gleiche ist. Und nicht mal, ja... Angeblich wollen die ja auch nix groß an der Grafik ändern, aber... Hm. Ich weiß nicht. Dafür gebe ich nicht so viel Geld aus. Ich wollte mir bei den Sims, also für Sims 3, immer mal, ähm... Solche Add-ons holen, wie zum Beispiel das mit den Haustieren und das mit den Jahreszeiten. Aber... Die kosten ja immer so viel wie das Hauptspiel. Ich finde, das ist völliger Schwachsinn. Das sehe ich überhaupt nicht ein. So. Ist hier heute was für uns? Nein. Schade. Und hier... Auch nicht... Hab ich gerade meinen Stift runtergeschmissen. Ich renne hier im Dunkeln rum, das ist nicht mehr schön. Aber ich habe einfach Angst um meine Batterien. Vielleicht kann ich noch mal aufsammeln. Hier ist aber auch nichts los heute, ne? Nö. So, wo waren wir jetzt schon? Wo nicht? Es war einfacher, als man nur zwei Stockwerke hatte. Oh ja, hier haben wir dann nicht mehr geguckt. Stimmt. Hier drin passiert auf jeden Fall noch was Richtiges. Das kann doch nicht sein. Es sah so aus, als wäre da ein altes Segelschiff auf einem Riff an der Küste gelaufen. Was? Ein Schiff? Habe ich nicht gesehen, aber... Gehen wir halt noch mal raus. Mein Gott. Leute, es kann doch nicht sein, dass ich da immer stehe und so was Maßgebliches übersehe. Ich habe das wirklich nicht... Was? Oder hat er das gerade neu aus dem Fenster gesehen und vorher war es noch nicht zu sehen? Ich habe Gänsehaut. Immer noch. Jeden Tag. Zumindest an jedem von diesen Tagen. Tatsache. Das war aber vorher nicht. Oder? Bitte sagt mir, dass das vorher nicht war. Ich komme nicht näher ran. Und jetzt? Oh. Das sieht aber so aus, als ob das da schon ein bisschen länger liegt. Komm, Blitz noch mal. Hm. Da ist ein Schlüssel drin. Und ich bin froh. Ich dachte nämlich, dass hier jetzt irgendwo ein Schlüssel ist und dass ich den einfach wieder gnadenlos übersehen werde. Okay. Lustiges Rätselraten, so wie wir es gerne haben. Ich will wieder Strom. So schön wäre das, wenn wir einfach wieder Strom hätten. Mann. 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 Muss bestimmt für irgendeine Tür hier sein. Denn die sind ja alle noch zu und der Raum ist... Der Flur ist noch recht neu. Ja. Ach, schön, wieder ein Bad. Da ist ein Hinweis. Ja, versenkt die mal im Klo. Das ist ein richtig ekliges Klo. Kann ich hier was machen eigentlich? Nee. Aber die Badewanne sieht schön aus. Okay, der Hinweis. Vielleicht hat irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet morgen wieder ein. Also, geht es Ihnen wieder ein. Ich höre uns das. Ich höre uns